Hi, ich bin Florian Flick, ich spiele beim FCN in der 2. Liga. Hi, ich bin der Nick, ich mache Videos und ja, Benni Goller ist im Tor. Au! Hau in den Boden reinkommt, ich habe auch... Das kann ich nicht ernst nehmen. Wow! Mit Stollenstunden wäre es bei mir auch so. Ich wäre auch Profi geworden, aber nach meinem Knie... Ja! Ach! Verladen! Eiskalt! Hau in den Boden rein, das ist ja Wahnsinn. Vor allem dein Ball ist doch auch hier, oder? Nutrizieren. Ja, ich habe keine Steuernschuhe an, das ist das Problem. Ah. Der war unhaltbar. Aber er hat die Ecke schon ein paar Mal gehabt. Springt er nicht mal. Du musst dich abdrücken. Ja! Oh! Der war... Wirklich, der war Weltklasse. Geh weiter weg. Nicht auf die Waden, ja? Alter! Auf die Waden! Alter! Junge, ihr trefft ja auf einmal, was ist denn hier noch? Er hat so richtig Hass, habe ich gesehen. Ich bin... Ich bin...